Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls, meine Freunde, weiter geht's, ja wieder den Scheiß hier, oh oh oh, ich glaube der eine auf der Brücke, der dürfte jetzt generell tot sein, hoffe ich, hoffe ich echt, der ist so nervig, okay, ja eigentlich nicht mehr, jetzt wo ich weiß wie viel er geht, war ja dann doch ziemlich einfach, und hat kaum noch gestört, warum habe ich denn hier, das Ding zweihändig, da sind sie unsere Freunde Kann man da nicht irgendwie leichter hinkommen, ist hier so ein riesen Weg zu laufen, alter, halt's Maul So, auch der ist down So So, der nächste kommt an Also erstmal hinten Dann vielleicht Naja gut, so geht's auch Wieder ein bisschen warten Gut Wo geht's da hinten lang, das frage ich mich Naja egal Warum ist ja auch noch einer Naja Erstmal unser Lustikus hier Komm Junge, hier bin ich doch Hey So Ja, das Vieh ist weg Oder? Ja doch Nehm die Abkürzung Hihi Oh, Hallöchen Ist er abgestürzt? Toll So, warte mal Ich hab doch eine helle Bade und so, ne Hier ist die normale Silberrittersperrklinge Vielleicht auch Nehm mal eine riesenhelle Bade Oder auch nicht Ist ein bisschen sehr langsam Dämonensperr Nehm mal doch den Blitzsperr wieder Dann guck ich mal Wie ich mich Um die hier kümmern werde Ah 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 Aschie, what do? Gut, die sind sehr langsam zum Glück. Äh, wir müssen nur treffen. Oh, hat jemand ein Lichtfall entzündet? Da es hier vermutlich nur eins gibt, ist wohl dasselbe, was wir auch entzündet haben. Ist ja auch sehr ratsam, muss ich sagen, ja. Hier sind ungünstig. Oh, hop. Oh, scheiße. Das ist mein Jener. Da loswerden, von denen. Ah, wieder einer tot. Gut. Noch einer. Der nächste. Auch gut. Auch noch einer. Er hat überlebt. Aber der nicht. Ah, so langsam. So langsam. Sterben die aus. Wann das jetzt alle? Glaub schon, oder? Ja. So. Da hinten liegt jetzt... Ähm. Unser Ding. So. Was gibt's denn da oben noch? Ein bisschen Menschlichkeit. Jetzt müsste er hier irgendwo eine Vorrichtung geben, oder? Oh. Oh. Eine Seele. Vorrichtung vielleicht da oben. Nö. Aber hier gibt's auch noch was. Ring der Opferung. Oh. 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 Kein Verlust bei... Achso. Ja. Gut. Also ich vermute mal, dass das Ding hier irgendwo sein muss. Vielleicht das hier? Nö. Hm. Oh. Oh. Hallo more. Oh. Wie sind eure Leute? Oh. 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 wo die Vorrichtung ist. Das soll hier irgendwo sein. Das gibt es hier oben noch. War ich hier schon? Ja. Hmm. Nenn mich Siegmeier. Ich habe keine Ahnung, wo die Vorrichtung sein soll. Da will ich nicht runter. Ich hoffe doch mal, dass ich da nicht runter muss. Für die Vorrichtung. Dazu nur wieder die blöden Räder. Hmm. Viel Erfolg, gut und schön. Wo ist die Vorrichtung, Alter? Ich glaube, sie existiert gar nicht. Okay. Okay. Hm. Hm. Ich sehe keine Vorrichtung. Ich habe nämlich das durchgelesen und da stand nur die Vorrichtung hier irgendwo. Also, dass die eigentlich da weiß ich, da stand irgendwie die Menschlichkeit holen. Von da, wo wir also von der Leiche, die wir da runter geschubst haben vorhin. Wo wir das Seil gekappt haben. Und als nächster Punkt stand die Vorrichtung. Bedienen, damit die Tür aufgeht. Aber wo die Vorrichtung ist, stand nirgendwo. Da muss doch irgendwo dann sein. Aber ich finde sie nicht. Müssen wir doch da mal runter gucken. Runterrutschen werde ich nie wieder. Das weiß ich. Blödes Rad. Da ist gutes Rad teuer. Hier ist keine Vorrichtung. Okay. Das war eine Scheißwand. Boah, nö, ey. Leute, wo ist die Scheißvorrichtung hier? Das geht mir so auf den Sack jetzt. Diese Scheißräder auf so engen Raum. Das ist ja richtig reulig. Ich will den ganzen Scheißweg nochmal laufen hier. Ich will den ganzen Scheißweg nochmal laufen hier. Katzen haben auch wieder ihre fünf Stunden. Von Minuten kann man da nicht reden. Hmm. Boah, das ist doch knapp. Ich bin sicher, von hier ist irgendwo eine Vorrichtung. Alter, ich hab mein Schild oben gehabt, meine Penner. Alter, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Alter. Hm. Da sind die Viecher. Also ich sehe hier keine Vorrichtung. Das ist definitiv keine. Ich hab keine Armour im Ende. War ich eigentlich schon da unten drin? Da war ich jedenfalls noch nicht bei der Seele. Da müssen wir erstmal die Typen loswerden. Hä? Hä? Wo nehme ich denn zum Beispiel da hin? So schonmal nicht. Ich bin jetzt wieder gelandet. Hier bei den Ratten. Bei einer Ratte, da ist die andere. Gleich drei hier. Junge, Junge. Noch eine. Alter, das viele Ratten. schon wieder einer. Schon wieder einer. Schon wieder einer. gab! Jetzt noch ein. Beh- Interessant, warum war ich hier noch nicht? Also, warum bin ich den Weg vorher nicht gelaufen? Naja, gut. Hier gibt es nichts. Keine Ahnung, wo da unten die Vorrichtung sein soll. Da. Ich glaube, das erlaubt. Keule. Naja, gut. Ich gehe mal zum Leuchtfall zurück. Denn das war es hier für die Aufnahmesession. Und da ich den Weg nicht finde, muss das wohl warten. Bis zum nächsten Mal. Und dann, Leute. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.